Wie identifiziere ich Sprechakte? Der Sprecher versucht, den Adressaten zu einer Handlung zu bewegen. Dies wird durch den Imperativ bei SAG kennzeichnet. Im Folgenden wird durch das Fragewort WIE und das Fragezeichen impliziert, dass der Adressat zu einer Antwort aufgefordert wird. Das DUS fungiert als direkte Anrede und verstärkt diese Aufforderung. Es handelt sich also um einen direkten, illokationären Akt. Genau wie im ersten Beispiel sind an dieser Stelle eine direkte Anrede und ein Fragesatz vorhanden. Im Gegensatz zum Beispiel 1 ist die vom Sprecher erwartete Handlung durch den Adressaten jedoch nicht die Antwort auf die Frage, ob er etwas wagen dürfe. Vielmehr wird eine Antwort auf, ob sie seinen Arm und Geleit annimmt, erwartet. Es handelt sich also um einen indirekten Sprechakt. Im letzten Beispiel drückt der Sprecher seine Einstellung zu einer Proposition aus. Er wünscht sich etwas, dessen Realisation nicht in Frage kommt. An dieser Stelle ist weder ein Adressat noch eine Referenz auf die wirkliche Welt vorhanden. Somit handelt es sich um einen expressiven, illokationären Akt.